Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Harry Blümel. Ich freue mich, dass Sie die DVD eingelegt haben und dass Sie sich für mich und meine Arbeit interessieren. Sie sehen auf dieser DVD einen Live-Mitschnitt eines Auftritts für Citydancing, eine musikalische Schifffahrt auf der Donau. Sie sehen weiters mein neues Video Big Time in den Sprachen Deutsch und Englisch und schließlich ein Making-of im Studio Benkö, dort wo ich meine Songs Big Time und Groovy Twist aufgesungen habe. Viel Vergnügen! Vielen Dank!